Die Anforderungen an heutige Industrieanlagen sind hoch und ändern sich dynamisch. Bei unseren Kunden stellt der Ausfall von Maschinen einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Durch Condition Monitoring und Predictive Maintenance wird dieser kontinuierlich verbessert. Einzellosfertigungen müssen ähnlich wirtschaftlich umsetzbar sein wie Serienfertigungen. Der Umbau von Anlagen erfolgt durch die Möglichkeiten einer Simulation mittels digitaler Zwillinge immer schneller. Dies alles lässt sich nur durch eine intensive Digitalisierung sowie eine sichere und flexible Vernetzung der Industrieanlagen erreichen. Herkömmliche Mobilfunknetze und WLANs bieten zwar eine hohe Flexibilität, können aber Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde sowie die Sicherheit der übertragenen Daten oftmals nicht gewährleisten. Aufgrund der gemeinsamen Nutzung öffentlicher Mobilfunknetze werden auch erforderliche Verfügbarkeiten von teils über 99,99 Prozent nicht immer erreicht. Mein Name ist Wolfgang Fritsche. Ich verantworte bei der IABG Infocom das Thema Cybersecurity. Wir beraten unsere Kunden unter anderem bei der Einführung von 5G-Campusnetzen zur sicheren Vernetzung Ihrer Industrieanlagen. Kennen Sie die beschriebenen Herausforderungen? Wollen auch Sie von den Vorteilen von 5G bei der Vernetzung Ihrer Infrastrukturen profitieren? Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben, wie wir Sie hier unterstützen können. 5G bietet Ihnen erstmalig die Möglichkeit des Betriebs eines exklusiven Mobilfunknetzes an Ihrem Industriestandort. Durch die Verwendung eigener Funkfrequenzen können unsere Kunden ein örtlich begrenztes Campusnetz aufbauen, welches nur von den durch Sie freigegebenen Geräten verwendet wird. Sie kontrollieren alleine die Nutzung der Ressourcen des Netzes und können dessen Verfügbarkeit für kritische Anwendungen sicherstellen. Campusnetze verarbeiten alle Daten vor Ort, damit erreichen Sie auch die erforderlichen Latenzzeiten und gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit. Als Mitglied der Plattform Industrie 4.0 sowie ein vom BSI zertifizierte IT-Sicherheitsdienstleister, unterstützen wir Sie mit unserer Fachexpertise und helfen Ihnen beim Aufbau eines eigenen 5G Campusnetzes. Wir identifizieren mit Ihnen Ihre entsprechenden Anwendungsfälle und beraten Sie bei der sicheren Integration von 5G in Ihre bestehende Infrastruktur. Wir finden das für Sie geeignete Provider-Modell und begleiten Sie bei Vergabeverfahren und Umsetzung. Somit erfüllen Ihre Anlagen auch zukünftig die erhöhten Anforderungen bezüglich Sicherheit und Flexibilität. Sichere Digitalisierung betrifft uns alle und besonders Ihren Industriestandort. Wir machen Ihre Digitalisierung flexibel, zuverlässig und sicher. Senden Sie mir einfach eine Nachricht per E-Mail oder rufen Sie mich an. Ich freue mich auf einen ergebnisoffenen Dialog mit Ihnen.